Moin und willkommen zu diesem Video, diesmal aus Karl of War. Ich hatte die Runde neu gestartet erst gerade und ja, äh, ich, ja. Moin. Ist ein spontanes Video halt, Karl of War Folge 1 als Jugoslawien werde ich halt machen, Schnafel 1 oder so als Jugoslawien. Bruh, Digga, wollt ihr schon einen Krieg mit mir haben oder was? Aber es ist noch Friedensperiode, zwei starken Tage. Wenn ihr den Content mögt, gerne ein Like da lassen. Digga, ich war schon, als ob ich ein professioneller YouTuber bin, mit 1.000.000 Abonnenten oder 100.000, keine Ahnung. Aber ich werde noch einen Zweitkanal machen, der wird Linehand heißen, wenn er nicht vorerst vergeben wird. Ich hätte das nicht sagen sollen. Oh my god, nee. Jetzt könnte einer das machen. Nein, das hätte ich auch nicht sagen können. Alter, dieses Video kann ich nicht hochladen, Alter. Naja, doch. Was? Ich habe schon wieder kein Eisen? Naja. Oh. Ja, nice. Oh, der ist sogar deutsch. Moin. Ups. Hä? Träger? Was ist das? Was ist das? Ach, Digga. Ich tue immer zu nach Gewöhnheit das machen, obwohl das gar nicht geht. Digga. Oh, ich habe mich auf heute. Japan? I-Gö... Nah, bro. I-Göten ist Japan, Digga. Groß-Rumänien. Oha, hier bist du ja in Kanada und Groß-Rumänien. Ist nice. Ich sag mal so, ich erinnere jetzt meine Flagge. Oh, nah, bro. Ich glaube, das seht ihr, glaube ich, gar nicht. Äh. Hoffe ich zumindest. Flaggen, Profilbilder, special, special, flex, perfekt. Das gibt mir Glück, weil da, mit dieser Flagge hatte ich auch letztes Mal gewonnen. Kurz neu starten und dann habe ich's. So, neu starten, dann habe ich die Flagge und dann habe ich extra Glück. Wegen, weil diese Flagge hatte ich zweimal benutzt und habe zweimal genau, exakt, gewonnen. Das ist jetzt mein drittes Jugoslawien-Spiel. Oh Gott, oh Gott. Ich habe fünf Nachrichten, oah. Bundeswehr? Jetzt schon? Geht das? Bauen? Die Forschung ist doch noch nicht. Ich guck mal kurz nach. Ja, der Flugzeugträger ist jetzt auf Tag 2 auf verfügbar. Was labert der? Und wir sind hier auch nicht bei der Bundeswehr. Kanada hat keine Bundeswehr. Was ist jetzt? Was? Ich muss Kanada gucken, die Erforschung, Alter. Guck mal, ein neues Spiel, Spiel von, oha, okay, ja okay, dann betreten wir auch das, ich möchte kurz gucken, wer in Kanada verfügbar ist, wie man erforschen kann, ob man Flugzeugträger schon ab Tag 1 erforschen kann bei Kanada, perfekt, das wird eh nur eine Testrunde und ich tue alle meine Truppen oder Landopfer. Ich werde alle Truppen auf dem Meer schicken und dann vernichten lassen oder so. Oder alle nach London, tatsächlich. Ich werde alle Truppen nach einer Hauptstadt machen. Alle nach London, Digga. Ich erkläre einfach Großbritannien in Krieg. Oha! Alle Truppen nach London. Vielleicht tue ich sogar ganz Großbritannien damit vernichten. Na, das hole ich mir ganz schmackhaft. Die gehen nach Halifax. Okay, es ist ein John. Was ist Halifax? Das ist Halifax. Oh my God. Hui. Oha, vor 15 Tagen. So, ich spiele jetzt mal wieder nach... ...als Jugoslawien. Ich nehme gleich diese Kopfhörer ab, Junge. Acht, und mein Freund hat mir Glück gebracht. Ich darf endlich wieder am PC. Na, hallo! Digga, wenn mich... ...wenn mich Rumänien auseinander nimmt, Alter. Ich raste aus. Ähm... Ich habe immer als Jugoslawien gewonnen. Also. Kannst du bitte jetzt den... Kannst du Großrumänien bitte in diese scheiß Koalition reinmachen? Wir beschützen unsere See- und Handelswege und bekämpfen für eine Form von Machtstellung in den Weltmeeren. Okay. Ich hatte... Sehr schlau alle an, die amerikanische Grenze zu machen. Also, ich würde nicht als erstes... ...als... ...als... ...Amerika angreifen. Infighter. Navy Power Coalition. Ja, okay. Kann man machen. Muss kurz weg. Immer muss ich weg. I'm the best in Call of War. Ich bin... Wir sind zweiter Platz. Ja, okay. Wer ist jetzt schon mit... Oha! Das steht super weird. Eins, zwei, drei, drei. Alter. Alter. König Wummel-Hummel. Ist das Neustart so überhaupt? Von die Gripen. König Wummel. König Wummel. König Wummel. Teller der Fuchs Panzer Panzerbracher Panzerbracher Operationen Oha Avalanche Operationen Hey, Großrumänien kann Naja doch Ein Produktionshafen Wann werden hier diese Produktionsdinger fertig? Aua, Aua, Aua Braun-Torwagen, Braun-Torwagen Oh no Scheiß drauf Mach ich Eine Minute War doch gut, dass ich das ausgewählt habe Nein Du gehst noch da So, eine Minute Eine Minute Eine Minute Eine Minute Eine Minute Kanada Du hättest Du hättest das hier nehmen sollen Und nicht da Und nicht das hier Dein Ernst, du wirst nicht gewinnen mit Russland Russlawien und Kanada werden gewinnen Spanien wäre gut, dass in unserer Koalition oder Frankreich Oder noch besser Großbritannien Zagren Ei Ah Ah Zerstörer ist fertig Im Split Zaraivo Die beste Infanterie, die ich immer habe, war mechanisierte Infanterie Lass mich kurz gucken Ah ja Mh Unpanzerwagen Ah, ich sag mal so, ich hab das hier freigeschaltet Noch nicht erforschtbar Ja, das weiß ich Schwerer Panzer Level 4 Schwerer Panzer Level 4 Mach mir Leads So Leute, das war schon die erste Folge von Color4 als Jugoslawien Ich hoffe ihr hattet Spaß Ja Und ich sehe euch in der nächsten Folge Nämlich Morgen wahrscheinlich Ja Werdet vielleicht jetzt täglich so ein Video hochladen Und ich wünsche euch was noch Tschüss und bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.